hallo lieber rasenfix ist es jetzt schon soweit werden wir heute mal so richtig das erste mal mähen wächst der rasen endlich ihr werdet sehen viel spaß entstehen die perfekten streifen ja das ist es ist tierisch windig machen wir mal einen checker der rasenfläche wir haben jetzt heute den sechsten sechsten april keine ahnung was ist das hier was ist das hier haben die würmer schon wieder nach engerlingen gesucht tatsächlich tatsächlich hier was war das ja wir haben den sechsten april 2022 die rasenfläche sieht immer noch nicht so gut aus aber sie fängt endlich an zu wachsen es hat viel geregnet in den letzten tagen und es ist jetzt wieder ein bisschen wärmer geworden der rasen ist in den letzten wochen überhaupt nicht gewachsen es war brutales wir hatten es wirklich nur noch kalt und bedeckt und regnerisch kaum über zehn grad jetzt ist es heute mal so ein bisschen schöner es hat immer wieder geregnet heute jetzt heute abend ist es gerade so dass man vielleicht mal mähen könnte ich werde jetzt tatsächlich erst mal das grüne das fairway mähen vorher ein paar stöcke entfernen und dann mähen wir vielleicht noch ein bisschen das hohe gras aber er kommt freaks er kommt der rasen so brutal wie schlecht der rasen aussah wahnsinn wenn ich mal diese ganzen fotos auf instagram sehe da denke ich immer das kann nicht sein es kann nicht sein vielleicht sind die anderen gegenden in deutschland schon ein bisschen wärmer ein bisschen besser vom wetter also hier ist es ist gruselig das raue nordland wetter so der ungeschönte wahnsinn attacke so Na, Freaks, was sagt ihr da? Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Komm, geh mal ran. Das ist schon nicht schlecht. Da kann man schon nicht meckern. Ja, kommt. 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 Ja, lieber Hans, was sagt man dazu? Er schnippelt was ab. Er schneidet tatsächlich schon ein bisschen was ab. Ich bin jetzt auf 18 Millimeter, also noch ganz schön hoch. Naja, und es wird, es wird langsam. Yeah, Hölzchen. Ja, ich bin jetzt auf 18 Millimeter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020